Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ein neuer Overwatch-Patch steht in den Startlöchern für ein PTR, also sprich für die Testserver und da sind riesige Änderungen drin. Von einem neuen Held zu wie sich die Ultimates chargen, zu kompletten Änderungen an Ultimates und wirklich riesige Änderungen, die das komplette Spiel, zumindest das Potential haben, wenn das so kommt, also sprich wenn es den Testserver so überlebt, tatsächlich das Spiel nochmal eine ganze Ecke umzukrempeln. Aber wir fangen direkt an und am Anfang eine Sache angemerkt, ich habe schon zwei andere Videos aufgenommen, weil manche Leute sagen, ihnen ist das ein bisschen viel Overwatch, aber nur muss ich sagen, wenn eine Patchnodes rauskommt und die so tiefgreifend sind, muss ich auch sofort dazu was aufnehmen, weil wir haben es gerade zusammen gelesen im Team, wir haben uns gerade WTF, was geht da ab und das erste, was man sagen muss, es gibt einen neuen Support-Held, nennt sich Anna, ist storytechnisch die Mutter von Pharah, aber ich gehe mal davon aus, so die Lore von Overwatch wird euch jetzt nicht allzu großartig interessieren und das ist wohl so ein Hybrid aus Damage und Heal-Char, also sprich der hat sehr viele Fähigkeiten, die gleichzeitig Damage machen können, gleichzeitig heilen können oder entweder Damage machen oder heilen. Das ist so eine Mischung aus, ja, Heal-Buff-DD, so ganz, ganz komisch, aber wir wissen, dass ja in Overwatch es gibt viele Helden, die sind zwar in der Kategorie, wie das beispielsweise Roadhog ist, aber da trotzdem ohne Probleme erster im Damage werden kann, das ist immer sehr mit Vorsicht zu genießen, wenn man sagt, das ist ein Supporter, das ist ein Heiler, das stimmt nicht so ganz. In der Regel können Supporter in Overwatch heilen, guckt sich mal Simatra an, da ist auch nicht mal das der Fall, aber Supporter sind in Overwatch wirklich wörtlich zu nehmen Unterstützer. So, und Anna hat erstmal ein Gewehr, das, wenn man auf Freunde schießt, also auf befreundete Teammitglieder, dann heilt man die, zumindest liest sich das alles so, ja, wie gesagt, ich habe es auch noch nicht selbst gespielt, ich hoffe, dass man das morgen spielen kann, wenn man auf Gegner schießt, macht das Damage, dann hat sie eine Granate, die in einem gewissen Radius sowohl Freunden als auch Feinden, also Damage macht als auch heilt, dann hat sie einen Sleep, also wahrscheinlich so ein bisschen sowas dürfte sich vielleicht ähnlich verhalten wie einen Reinhardstun, müssen wir mal gucken, dann hat sie als Ultimate, was ich sehr interessant finde, eine Ultimate, die geht nur auf ein Target, nur auf ein Ziel, aber gibt diesem Ziel mehr Absorb, also sprich er hält mehr aus, schnelleres Movement und mehr Damage. Ich könnte mir vorstellen, ihr wisst, wie tödlich ein Reaper ist, mit einem Saria-Shield drauf, oder eventuell mit einem Lucio-Speedboost, ich stelle mir gerade vor, ein Reaper mit dieser Ultimate, also das ist eine, das klingt nach einer absoluten OP-Kombo, dann müssen wir mal gucken, wie das Ganze gebalanced ist. So, das ist erstmal zum neuen Held. Das nächste ist, es gibt wichtige Änderungen, was Overtime und Respawn angeht. Overtime, wie diese Mechanik funktioniert hat, dass sich das immer voll resettet, sobald nur ein gegnerischer Spieler auf den Punkt gegangen ist und sowas in der Richtung, war wirklich problematisch, haben viele Leute auch drüber gemeckert und gesagt, ha, das fühlt manchmal, fühlt sich da selbst ein Sieg nicht wie gewonnen an und in Liederlage ist noch nerviger. Aber dementsprechend wird es jetzt so sein, dass wenn ein Match mehr als 20 Sekunden in der Overtime sich befindet, dieses Abbrennen, dieses, ja, dieses Balkens für die Overtime geht schneller. Ich hatte das Gefühl, das war bisher schon auch so, aber anscheinend ist es jetzt noch schneller. Und, was auch noch eine wichtige Änderung ist, während der Overtime Respawnen Helden langsam, soll ich vielleicht sagen, schneller, und zwar zwei Sekunden langsam. Und das ist richtig wichtig, wenn man sich Punkte anguckt, wie Hanamura, letzter Punkt Defense, wo man ohne Probleme mal Games rumreißt, indem man einfach fünffach D.Va oder zweimal Tracer, viermal D.Va oder sowas in der Richtung spielt und über die Zeit einfach, wenn die Gegner nicht direkt einen perfekten Push von Anfang an hingelegt haben, das noch rumreißt. Hatten wir eben ein Game, haben wir gewonnen auf Hanamura. Sorry, auf Hanamura. Das finde ich ist eine super Änderung und dürfte viele der Kritikpunkte an der Overtime, wie gesagt, wenn das so alles den Teststatus überlebt, dürfte das viele Kritikpunkte davon beheben. Ja, nächste Riesenänderung, die geplant ist, und ich hätte nie gedacht, dass Blizzard das macht. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten. Und zwar Competitive Play, also der Rank-Modus, bekommt einen Hero-Limit. So, und damit sind die ganzen D.Va-Strategien und Fünffach-Tracer und so Gedöns eh hinfällig, inklusive dem Fix, den Fix in Anführungsstrichen von der Overtime-Mechanik. Das bedeutet, diese ganzen ekligen Compositions, wie Doppelsaria, Doppel-Lucio, Doppel-Tracer auf King of the Hill und so komische Dinger, die fallen weg. Und ich muss sagen, es erleichtert mich. Ich war nie ein großer Fan von diesem One-Hero-Limit. Am Anfang habe ich immer gesagt, lass mal gucken, es bietet auch einfach viel mehr Möglichkeiten, weil man aus dem kompletten Heldenpool picken kann und dann auch beliebig oft. Prinzipiell, muss ich sagen, bietet es auch mehr Möglichkeiten. Aber es schränkt jetzt praktisch betrachtet sogar die Möglichkeiten eher ein, weil es einfach wahnsinnige OP-Comps gibt, unter anderem auf King of the Hill, was viele Charaktere komplett rausdrängt. Weil einfach sowas wie Tracer oder Winston auf King of the Hill oder Saria sehr stark ist, dann spielt man lieber zweimal Saria, anstatt es noch was anderes einzupacken. So, wichtige Änderungen an Ultimates. Fähigkeiten, mit denen man sich heilen kann, also das Bionic Field von Soldier oder der, ja hier, von, wie auch immer das Ding genau heißt, von Roadhog, dieses Bier, was er sich da runterkippt, generieren jetzt, und ich gehe mal davon aus, dass auch Balusio ordentlich der Self-Heal zählen wird mit seinem Heal-Song, generieren jetzt Ultimate Charge. Das ist natürlich eine Riesenänderung für alle Klassen, die sich irgendwie selbst heilen können. Dementsprechend werden die Ultimate-Kosten angepasst. Zum Beispiel bekommt Soundbarrier die Kosten nochmal erhöht um 10%. Und zum Beispiel, ich arbeite die Patch-Notes jetzt einfach mal ab, als nächstes haben wir hier drin stehen McCree. Die Waffe von McCree, die hat jetzt einen deutlich geringeren Damage-Fall-Off, das heißt, man macht jetzt bis auf extreme Distanzen, schreiben sie Maximum-Damage. Das ist natürlich geil, ja, in your face. Da machst du dann auch über große Damage 140er-Headshots mit McCree, was dem Chart doch ordentlich was bringen könnte, und ihn fast wieder zurückbringen könnte, dass er so beliebt ist, wie er mal gewesen ist. Es gibt eine Änderung an Mercy, und zwar, dass der Damage-Boost den Mercy geben kann, gibt jetzt anstatt 30 sogar 50% mehr Damage. Also es ist genauso stark im Endeffekt wie Seniatas Discord-Orb, der halt 50% ein Target mehr Damage nehmen lässt. Allerdings stackt dieser Effekt nicht mehr, wenn man mehrere Mercys hat, wobei ich da sagen muss, drauf geschissen, das Spiel eh kaum einer mehrere Mercys. Die Ultimate-Kosten von Mercy wurden dementsprechend um 30% erhöht, das ist wichtig. Mercy hat ihre Ultimate meiner Meinung nach deutlich zu schnell. Auf der anderen Seite, gute Änderung, die Mercy mit Sicherheit helfen wird, ist, dass die Bewegung nicht mehr eingeschränkt ist, wenn man die Ultimate benutzt, und dass die Rumpfliegfähigkeit von Mercy jetzt instant zu benutzen ist. Mercys hatten wirklich, das war die Hölle für Mercys zu überleben. Der Whole Hawk von Roadhog, die Ultimate, kostet jetzt 45% mehr, ist natürlich auch wichtig mit dem Self-Heal, Roadhog lebt ja mit von seinem Self-Heal, das muss natürlich eine ganze Ecke mehr, sonst könntest du dich ja einfach selbst heilen und hättest du instant deine Ultimate am Start. Der Spread bei der Pulse Rifle von Soldier 76 resettet schneller. Es war immer, also man hat ein paar Schüsse geschossen, ich glaube die ersten vier waren immer Punkt genau bei Soldier, und danach hat es kurz gedauert, bis sich dieser Spread, der weiter auseinandergegangen ist, wieder resettet hat. Das ist jetzt instant, das heißt, es wird guten Soldiers helfen, also das hebt nochmal das Cap so für Soldier meiner Meinung nach an, weil es jetzt noch mehr drauf ankommt, dass man, oder man noch mehr davon profitiert, wenn man wirklich genau schießt und die passende Mechanik einsetzt, wie man halt schießt über verschiedene Ranges. So, ich habe eine wichtige Sache, glaube ich, jetzt noch vergessen, sehe ich hier nämlich gerade in den Patch-Notes, wups, verklickt, und zwar D.Va. Es gibt noch eine Änderung für D.Va und eine relativ, ja, grundlegende Änderung für Senyata, beides Helden, die quasi kaum anzutreffen waren, und zwar bei D.Va wird ihre Defense-Matrix, also das, was jetzt gerade auf E ist, komplett umgestellt zu halt einer normalen Fähigkeit, die, glaube ich, zwei Sekunden aktiv war und dann einen Cooldown hatte, zu einer Fähigkeit, die eine Sekunde Cooldown hat, allerdings bekommt die noch ein paar andere Änderungen. Anscheinend kann man die Defense-Matrix jetzt erstens mal so lang anlassen, wie man möchte, solange man den Hotkey gedrückt kriegt, allerdings, wenn sie benutzt wird, dann entlädt die sich, und wenn sie erst mal komplett entladen ist, dann brauchst du wieder zehn Sekunden, bis sie wieder komplett aufgeladen ist. Also, man kann anscheinend an der Stelle besser quasi so Burstschaden abfangen. Man kann sie zwar wohl jetzt schneller einsetzen, eventuell öfters einsetzen, wenn man sie nicht braucht, weil sie halt keinen Charge verliert, und könnte Diva eine ganze Ecke nützlicher machen. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ultimate-Kosten wurden verringert um 15% für Diva, finde ich gut, und die Explosion, das Delay, also sprich die Verzögerung von vier auf drei Sekunden runter. Muss man mal gucken, wie das ist. Ich stelle es mir fast schon einen Ticken zu stark vor, wobei man sagen muss, Divas Ulti war schon verdammt langsam, wie sie gecharged ist. Und man hat damit auch selten was gekillt. Divas Ulti war eher so, ich vertreibe Gegner aus dem Gebiet. Dafür war die aber ziemlich gut. Und, wichtige Änderung, die Explosion macht Diva selbst keinen Damage mehr. Das ist natürlich geil, ja. Da kann man dabei rumrennen, will Pistole ballern, und bam, explodiert. Also sprich, du kannst quasi die fliehenden Leute abknallen mit deiner Pistole. Gut gespielt ist es bestimmt ziemlich stark. Und dann direkt in einen Mech wieder einsteigen. Stell dich mir ganz cool vor. Müssen wir mal gucken, wie das balanced ist. So, und Senyata, jetzt kommt's für alle, für alle Senyata, ähm, Fans. Senyata hat jetzt 200 Leben. Wobei das nicht so ganz richtig ist. Senyata hat weiterhin 50 Leben und jetzt 150 Shield. Also Senyata hat 50 Punkte mehr dazu gekriegt. Und man muss sagen, Schild ist besser als Leben, weil Schild regeneriert sich. Ähm, ansonsten kriegt Senyata noch ein paar andere Buffs, die auch ziemlich nice sind. Und zwar sein, äh, Discord Orb und sein Harmony Orb, also sprich der Heil Orb und der, ja, Debuff Orb, sind jetzt schneller am Ziel. Und zwar anstatt mit einem Wert von 30 sind sie jetzt mit 120 beim Gegner. Also man kann sich das einfach vorstellen, sie sind halt, naja, viermal so schnell da. Und das finde ich cool. Dann kannst du quasi Instant Debuff Damage drauf. Das sollte ganz gut funktionieren. Ähm, die Ultimate von Senyata wurde auch, finde ich, beträchtlich geändert. Und zwar der Movement Speed ist jetzt doppelt so groß in der Ultimate. Sollte Senyata helfen, ähm, schneller in die Action reinzukommen, weil du musst wahrscheinlich immer noch ziemlich weit wegstehen. Und schneller aus der Action am, gegen Ende von seiner Ultimate wieder rauszukommen, ohne zu viel Ultimate Zeit zu wasten. Na, du gehst einfach ein Stück zurück. Und die letzten halbe Sekunde nutzt du es um, flupp, wieder rauszugehen. Plus, dass die Ulti jetzt 200, äh, anstatt 200, 300 Health pro Sekunde heilt. Und muss man sich überdringen, das ist krass. Roadhog hat 600 Health. Senyatas, Senyatas Ultimate halten Roadhog in zwei Sekunden voll. Das ist hart. Also da muss schon was One-Hitten und mega Burst Damage machen, dass du in der Senyata-Ult was tot bekommst. Jetzt geht das noch, also wenn Chunkrat wohl draufspampt oder sowas. Aber eben mit 300 Health pro Sekunde, ja. Wenn da nicht gerade irgendwie eine Tracer, einen Headshot kassiert oder sowas, dann ist da aber Schluss. Es haut richtig rein. Also ich finde diesen Patch richtig, also mutig, mutig. Ich hätte nie gedacht, dass Blizzard einen One-Hero-Limit einführt. Die haben immer gesagt, sie sind zu strikt dagegen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich im Detail davon halten soll. Das muss ich erst selbst spielen. Aber ich bin begeistert, dass das so ein mutiger Patch ist, was wirklich auch einige Probleme von diesem Game angeht. Bin ich mal wirklich gespannt, wie sich das Ganze spielt. Und ich werde euch dann natürlich mal vom PTR berichten. Dann vielleicht mit ein paar Leuten aus meinem Team zusammen, wir wollen uns das Ganze mal zusammen anschauen. Gucken wir mal. Das ist ganz übrigens ohne Gameplay. Sonst kann ich es heute nicht mehr hochladen. Und jetzt, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach ja, wenn ihr Anmerkungen habt dazu, wie euch der Patch gefallen hat und was ihr da gut fandet und schlecht findet, schreibt sie in die Kommentare. Ihr wisst, ich lese alle Kommentare. Und ich weiß, ich habe auch einige wirklich gute Overwatch-Spieler, die mir zukommen. So, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.